Das Fest der Schutzpatronin von Catania, Sant'Agata, die heilige Agata, steht vor der Tür. Genau genommen hat das Fest heute begonnen. Vielleicht hört ihr auch im Hintergrund, wie man hier das Fest beginnt. Und nicht nur Sant'Agata, sondern insgesamt, wenn es ums Feiern geht. Es ist, wie auch das Fest zu Ehren der heiligen Rosalia in Palermo, traditionell groß angelegt, voller Attraktionen und zieht viele, viele Gläubige, die hier Devote genannt werden, aus verschiedensten Teilen der Welt an. Da es viel darüber zu erzählen gibt, habe ich beschlossen, diesem besonderen Ereignis, das die gesamte Stadt Catania in der Zeit vom 3. bis zum 5. Februar einbezieht, gleich zwei Episoden zu widmen. Wer war Agata? Ich habe für euch einige Informationen, die auf www.vesta.agata.it verfügbar sind, übersetzt. Agata wurde um das Jahr 230 nach Christus in eine Familie von adeligen christlicher Religion hineingeboren. Zu dieser Zeit befand sich Catania unter römischer Herrschaft. Alle, die sich zum Christentum bekannten, wurden verfolgt. Weshalb die Familie von Agata, wie die gesamte christliche Gemeinde hier, ihren Glauben nur im Stillen leben konnte. Trotz all dieser Schwierigkeiten entschied sich Agata bereits in jungen Jahren für ein Leben als gottgeweihte Jungfrau. In den Jahren 250 bis 251 nach Christus wurde Quirinus zum Prokonsul ernannt und kam in die Stadt Catania mit der Absicht, den Willen und das Dekret des Kaisers durchzusetzen. Als Quirinus die junge Frau Agata kennenlernte, verliebte er sich in sie. Er soll ihr, in Kenntnis ihrer Gottesweihe, befohlen haben, sich von ihrem Glauben abzuwenden, um die heidnischen Götter anzubeten. Doch scheint es plausibler, dass Quirinus' Ziele in Wirklichkeit eher darauf ausgerichtet waren, das Eigentum von Agatas reicher Familie zu erlangen. Als Agata sich weigerte, beschloss Quirinus, sie Aphrodisiya in deren Freudenhaus anzuvertrauen, um sie endgültig von ihrem Glauben abzubringen. Doch Agata stellte sich allen Versuchen der Aphrodisiya mit einem derart unerschütterlichen Gottvertrauen entgegen, dass Aphrodisiya selbst von ihrem Amt zurücktrat und die junge Frau dem Prokonsul zurückbrachte. Quirinus leitete einen Prozess ein und ließ Agata in den Praetorianerpalast vorladen. In der Überlieferung erhalten sind noch die Dialoge zwischen dem Prokonsul und der jungen Frau, die es verstand, sich mit gut begründeten Argumenten den Verurteilungen zu widersetzen. Durch den Prozess folgte das Gefängnis. Nach mehreren Tagen des Fastens begannen angesichts der Standhaftigkeit des Mädchens die körperlichen Folterungen, vom Beitschenheben bis hin zu den grausamsten Risswunden an ihren Trüsten, die dank des Eingreifens des heiligen Petrus in der Nacht heilten. Der unerschütterliche Glaube des Mädchens führte zur Verhängung der letzten Folter, einer Liege aus glühenden Kohlen. In diesem Moment ereignete sich ein weiteres, erstaunliches Ereignis. Während Agatas Körper vom Feuer gequält wurde, blieb ihr roter Schleier, das Symbol ihrer Weihe an Gott, völlig unversehrt. Nach den Folterungen starb Agata am 5. Februar 251 im Gefängnis. Ihr Körper wurde einbalsamiert und in den roten Schleier gehüllt, der, so erzählt man, die Lava aufhielt, welche die Stadt mehrmals bedrohte, so auch ganz genau ein Jahr nach ihrem Tod. Nach diesen beeindruckenden Wundertaten wurde Agata zu Heiligen erklärt. Ursprünglich in den christlichen Katakomben auf dem Hügel von San Domenico begraben, wurde der Leichnam der Heiligen nach dem Edikt von Konstantin im Jahr 313 in die Kirche Santa Maria di Bethlehem gebracht. Zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert wurde der Leichnam in die Kirche von Santa Agata la Vetra überführt. Danach wurden die Reliquien gestohlen und im Jahr 1040 nach Konstantinopel gebracht. Im Jahr 1126 wurden sie von zwei Soldaten der byzantinischen Armee entführt und dem Bischof von Catania Maurizio im Castell von Arci übergeben. Am 17. August 1126 kehrten die Reliquien endgültig in die Kathedrale Santa Agata zurück, wo sie nun teilweise in der kostbaren silbernen Büste eines halben Körpers und teilweise in einem silbernen Sarg aufbewahrt werden. Und zahlreich sind die wertvollen Geschenke, die im Laufe der Jahrhunderte das Bildnis des Halbkörpers der Heiligen bereichert haben und einen regelrechten Schatz bilden. Gestiftet unter anderem von Persönlichkeiten wie Königin Margarete von Savoyen, Vizekönig Fernando de Acuña und dem berühmten Musiker Vincenzo Bellini. Berühmt ist auch die Krone, die auf dem Kopf der Reliquien-Püste prangt, ein mit Edelsteinen besetzter Goldschmuck, der von König Richard Löwenherz während eines Kreuzzuges in Sizilien gestiftet wurde. In der nächsten Folge werde ich ausführlicher über die bemerkenswerten Phasen der Verehrlichkeiten sprechen. In der Zwischenzeit überlasse ich euch das Rezept für ein typisches Dessert zu Ehren der Heiligen Agata, die Olivette di Sant'Agata. Es scheint, dass Agata auf der Flucht vor den Soldaten des Quirinus stehen blieb, um sich die Schuhe zu binden. In diesem Moment sah sie einen Olivenbaum, der ihr schließlich Schutz und auch etwas zu essen gab. In Erinnerung an genau diesen besonderen Augenblick entstanden diese Süßigkeiten in Form und Farbe von kleinen Oliven. Für die Herstellung von 20 Agata-Oliven benötigt ihr 150 Gramm geschälte Mandeln, 150 Gramm Zucker, einen Esslöffel Rum, sowie ein wenig grüne Lebensmittelfarbe in Pulverform. Vermischt nun Zucker und Wasser, 50 Gramm, bei schwacher Hitze zum Kochen bringen, sobald sich der Zucker auflöst, vom Herd nehmen und die gehackten Mandeln hineingeben, kräftig umrühren und den Farbstoff hinzufügen. Rührt weiter, bis sich das Grün gleichmäßig verteilt hat. Fügt nun den Rum unter ständigem Rühren hinzu. Lass die Mischung abkühlen und danach mit den Händen 20 Kugeln in länglicher Form wie Oliven formen. Anschließend in etwas Zucker wenden und eventuell mit einem Zahnstocher an den Enden einstechen. Das scheint übrigens das Originalrezept der Nonnen des Klosters Santa Catarina in Palermo zu sein. Und wie diese Olivette wurden auch andere Süßigkeiten in den Klöstern Siziliens zubereitet. Mit etwas ungewöhnlichen Namen. Trionfo di Gola, Feggi Rucancilieri, Minni di Virgini, Suspiri di Monaca. Das könnte man übersetzen wie Gaumenfreuden, Kanzlerpopacken, Jungfrauprüste und Nonnenseufzer. Diese Süßigkeiten wurden durch ein spezielles an der Wand angebrachtes Rad dem Publikum serviert, welches im Voraus zahlte und diese mit einer Schaufel herausnahm. Die Süßigkeiten wurden natürlich lange im Voraus, also auf Vorrat hergestellt. Und es gab 21 Klöster in Palermo, die diese reiche Vielfalt an Süßigkeiten produzierten. Dies ist heute nicht mehr der Fall, aber die traditionelle Herstellung von Süßigkeiten ist an lokale Bäckereien übergegangen. In jüngster Zeit wird an einem Projekt zur Wiederentdeckung alter kulinarischer Besonderheiten unter Einbeziehung des Klausurklosters Santa Caterina gearbeitet. Diese Folge ist nun zu Ende, aber ich habe euch noch viel zu erzählen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, mir zuzuhören, dann folgt mir auch auf den nächsten Episoden. Die Musik, die am Anfang und am Ende dieser Folge zu hören ist, wurde freundlicherweise von Mario Rizzo zur Verfügung gestellt, dem ich herzlich danke. Arrivederci, auf Wiedersehen oder auf Wiederhören! Untertitelung des ZDF für funk, 2017